Yo, hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Oxygen Not Included! Und zwar genau mitten in der Nacht. Nice, aber ich bin schon in Cycle 9. Niemals vergessen, Yukai hat es beim ersten Versuch bis Cycle 9 mindestens geschafft. Und es sieht eigentlich alles gerade ganz gut aus. Ich habe noch einen ganz guten Tipp bekommen, und zwar, indem ich die Schränke auf 6 priorisiere, kümmern die sich auch von alleine um den Müll wegräumen, weil das stört mich, dass überall hier dieser Drecksmüll rumliegt. Aber gut, machen wir das eben so, und jetzt gehen wir wieder auf das Langsamere von beiden. Wie viel Pupu habt ihr dann schon wieder alle gemacht? 13,4, dann schließen wir mal lieber diese Toilette, bevor das hier komplett übergeht. Sonst kommt das hier nur noch zu Chaos. Wir haben vier Toiletten, das ist fast ein bisschen wenig. Was haben wir denn hier unten? Carbon Dioxin, ach schon wieder lauter Carbon Dioxin. Ach, verdammt nochmal, wir haben so viel von diesem Stuff, ich will lieber was Normales haben. Wenn ich jetzt hier einen Airlock reinbaue, mich dann ein bisschen rüberbaue und nach unten, damit ich hier wieder ein, zwei Algen, einfach nur zwei, drei Algen oder so hinbauen kann. Moment, hier unten ist ja auch alles schon voller Carbon Dioxin. Algen kümmert euch drum, los. Ich glaube, ich baue alles gerade zwei Algen-Dinge hier hin, wenn die es denn schaffen. Ich bin mir noch gar nicht sicher, ob die da überhaupt lange genug überleben, aber hier unten, das ist Selbstmord. Deswegen muss das alles unbedingt weg hier unten. Ah, klar, das ist alles, was sie veratmen, wird wieder zu Carbon Dioxin, aber ah, das stört. Das muss ja alles irgendwie weg. Wo habe ich denn die Übersicht? F1, wow. Es ist ja hier kaum atembar. Und das Wasser sinkt auch immer mehr. Ne, oh Gott. Vielleicht sollte ich da hinten noch eine Alge hinbauen. Das tut vielleicht gar nicht weh. Vielleicht einfach mal hier hin. Ich meine, momentan nutze ich den Space eh noch nicht. Polluted, was war das? Polluted Oxygen. Oh mein Gott. Das ist, glaube ich, slightly toxic. Oh Gott. Oh Gott, wie kriege ich das weg? Nein, 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 nein. Alles muss weg, 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 weg. Ich weiß nicht, wie ich das wegkriege. Kriege ich das überhaupt schon weg? Muss ich irgendwas forschen? Research, research. Moment, das war doch das hier unten bei Advanced Filtration, oder? Sleeves, äh, selected gas from, gas is mixed for sensitive into separate pipe. CarbonDioxin and removes it from the air. Und was mache ich mit dem Polluted? Äh, gut. Keine Ahnung. Ich lerne trotzdem jetzt das hier mal. So, 20 Punkte brauchen wir wieder. Und mir wurde ein Tipp gegeben, dass wenn ich auf diesen Kreis hier drücke, das unendlich produziert wird. Danke an der Stelle an der Dresser. Dankeschön dafür. Immer gern eure Kommentare dazu. So. Das baut jetzt seit hier alles. Das ist hier ganz okay. Brauche ich mehr Algen? Habe ich schon wieder Probleme oder Algenmangel? Ich glaube eigentlich, dass es momentan noch ganz okay aussieht. Nichtsdestotrotz nehme ich trotzdem gerne alles, was ich kriegen kann mit. Nimm, was du kriegen kannst und gib nichts wieder her. Haben wir schon irgendwo mal gelernt. Wo war denn das? Fluch der Karibik, genau. So, dann bauen wir hier noch hin. Moment. Machen wir so? Vielleicht funktioniert das nicht. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Aber ein bisschen bleibt die Hoffnung, dass das trotzdem funktioniert. Ich bin echt gespannt, wie lange meine erste Kolonie hier noch überlebt. Research Center Idle. Ja gut, das brauche ich momentan. An Interfusion Oxygen Production ist auch klar, weil die immer noch nicht das Ding hier gebaut haben. Und das da. Das gehört beides mal auf Priol 6, dass sie sich mal darum kümmern. Aufpassen, wo du hingehst. Da kannst du nicht atmen. Boah, bauen dauert schon echt ewig in diesem Spiel, ne? Jetzt haben wir hier wieder einen Komposthaufen. Ich glaube, den Komposthaufen muss ich danach in naher Zukunft auch umbauen. Und der kommt dann auch hier unten hin. Das ist dann zwar ziemlich tricky, hier unten alles richtig hinzukriegen. Aber gut, müssen wir wohl machen. Ey, wenn ich irgendwann mal sterben sollte, werde ich im nächsten Part das auf alle Fälle viel schöner organisieren. Das ist einfach nur Chaos, wie es gerade ist. Da ein bisschen was davon. Da ein bisschen was davon. Gott, hier unten ist schon lauter Karbondi... Oh mein Gott, hier unten ist richtig viel Karbondioxid. Shit. Oh mein Gott. Das nimmt ja überhand. Hilfe. Ach, und die sind wieder... Oh, ausdingen. Grab die mal aus, damit die wachsen können. Jetzt ist alles resettet, ey. Schrecklich. Oh, verdammt nochmal. Yukai, du überlebst das schon, oder? Oh man. So, jetzt läuft das wenigstens schon mal. Jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen Algen. Haben die immer noch höhere Priorität? Nein, jetzt haben sie wieder niedrigere Priorität. Dann geben wir diesen Dingen allen wieder eine hohe Priorität, damit die mal befüllt werden. Weil dann können wir das möglicherweise ein bisschen ausgleichen, dass hier unten so viel Karbondioxid ist. Das ist ja echt übel. Schaut euch das mal an. Ich kann den unteren Teil von meiner Basis eigentlich gar nicht bewohnen. Das ist ja Selbstmord. Habt ihr genug Algen? Ich hoffe es. Könnt ihr die endlich mal befüllen? Ach, ja, wow, wow. Mach das mal bitte. Pflanzt du die jetzt gleich wieder, oder? Ich verstehe es nicht ganz, warum die immer instant wieder abgebaut werden. Oder warum die hier alle zugehdönst werden. Wahrscheinlich, weil darüber eine Ladung Dirt ist. Vielleicht vertragen die das nicht so gut. Das könnte ich mir noch vorstellen. Oder ich hab Scheiße gebaut. Das kann natürlich auch sein. Aber wobei, nee, das klingt unrealistisch. Das klingt jetzt wirklich unrealistisch. Könnt ihr die jetzt mal zum Laufen bringen? Genau. Hier müssen noch Algen drin sein. Oder wo haben wir die denn? Raw Mineral wird es nicht sein. Cultivable Salt. Dirt. Edible Salt. Filtration. Organic. Da wird es sein. Algen. Oh, wir haben keine Algen. Das erklärt, wieso wir die nicht verwenden. Gut, dann. Prio 8 hier oben. Wir brauchen Algen. Behaltet euch mal. Los, los, los. Move, move, move. Da haben wir danach dann wenigstens erstmal das Algenproblem kurzzeitig gelöst. Auf längere Zeit weiß ich aber nicht, wie ich noch mehr an Algen kommen kann. Das könnte nochmal spannend werden. 76 Kilogramm Algen. Okay, es hält ein bisschen. Aber wo sind dann die nächsten? Hier ist überall nur Dirt, Dirt, Dirt. Lauter Dirt ist hier. Wow. Aber es ist so leid. Nigeus Rock, Vakuum, Carbon Dioxin. Okay, da bringt mir das auch aber alles nichts. Hier sind nirgends mehr Algen. Oh je. Ich werde mich echt bald riesig weiterbauen müssen. Ach, man ist hier immer im Zwang, sich auszubauen. Also immer größere Bases und alles. Moment, dann machen wir es mal anders. Wir canceln hier mal alles. Auf das habe ich gerade keine Zeit. Ich brauche gerade mit einer höheren Priorität gute Sachen und nicht schlechte Sachen. Das bedeutet, dass ich hier aber nicht nach unten legen kann. Weil sonst habe ich das ganze Carbon Dioxid eigentlich nur ein bisschen verteilt nach unten. Nach unten ist der Weg für mich momentan also nicht nutzbar. Das heißt, ich kann wirklich nur nach links und mal schauen, ob ich da noch irgendwie dann zurechtkomme. Dann boteln wir hier dann weiter. Hier. Ich versuche das gerade irgendwie so hinzubekommen, dass ich da nirgends anstoße, wo es kritisch sein könnte. Und dann priorisieren wir den ganzen Schrott hier mal auf 7, dass das hier mal vorwärts geht. So. Dann kümmern die sich jetzt auf alle Fälle darum, dass wir hier mal neue Sachen entdecken. Ich glaube, das ist so der falsche Schritt gerade. Irgendwie habe ich ein ganz schlechtes Gefühl dabei. Aber ich bin neugierig, was es noch alles in diesem Spiel hier gibt. Und deshalb muss ich mich unbedingt vorbewegen. Und nicht immer nur in Kreisen hier. Vielleicht kann ich schon mal haarwärtsen. Das ist gut. Ach so. In dem Moment, wo ich das abbaue, oben fällt das wirklich runter. Okay. Jetzt habe ich es gerade nämlich nochmal akut gesehen. Ich war mir davor nicht hundertprozentig sicher. Aber da habe ich doch gerade nichts abgebaut. Die wurden doch schon länger mal wieder re-pflanzt, re-was auch immer. Das überfordert mich. Müssen wir noch alles herausfinden. Wie jeder hier dieses komische Schrottzeug auf dem Rücken hat. Das ist voll eigenartig. Keine Ahnung, was das ist. Was ist denn das für ein Stat? Oh, Moment. Die schlafen hier in... Oh, fuck. Okay, ihr habt noch genug Luft, um die Nacht wenigstens durchzustehen, oder? Oh, ja, jetzt hat sie Atemprobleme. Jetzt geht sie kurz auf dem... Oh, je, shit. Wieso setzt sich das auch hier ab? Könnte ich das nicht mit Druck irgendwie wegpusten? Also hier irgendwie... Der Oxygen, Eidl, und Moment, das Maximum Airpressure. Ich bräuchte irgendwie Airpressure oder eine Möglichkeit, das Carbondioxid permanent wieder umzuleiten in dem Raum. Moment, dafür gibt es vielleicht das Ganze. Gaspipe. Gas between building. Ja, wobei, ich habe kein Intake building, oder? Draws in gas, runs it through gas pipes. Okay, auch wenn das vielleicht nicht richtig ist, werde ich das jetzt einfach mal probieren, weil es mich extrem interessiert, was das denn jetzt ist. Aber das sollte ich eher unten bauen. Vielleicht sogar hier. Gaspip. Draws in gas, runs it through gas pipes. Ich bin mir jetzt nur nicht sicher, ob nur das hier Gas ist in dem Spiel, oder ob Carbondioxid auch Gas ist. Also Gas einfach nur als Aggregatszustand gesehen. Wenn ja, puste ich nämlich einfach hier unten jegliches Carbondioxid, was ich ja auch an diesen Stellen überall eigentlich absetzen sollte. Und zwar immer nach unten. Einfach hier in den Raum, baue hier mehrere Algen und habe dann sozusagen den Rebrief-Raum. Okay, das hört sich jetzt echt dämlich an. Wie baue ich denn dieses Gaspipe? Funktioniert das tatsächlich so? Hm. Und dann hier ein Gasvent. Kann ich das hier nicht hinbauen? Ach so, hier ist gar kein Platz. Gut, dann bauen wir das oben hin und bauen das noch hoch. So, dann funktioniert das hoffentlich irgendwann mal so. Funktioniert gar nicht so. Ich bin noch am Lernen. Wie gesagt, das ist ein allererstes Let's Play von diesem Spiel. Ich bin noch komplett der Azubi in diesem Spiel. Also, wenn ich hier Scheiße baue, immer gern in die Kommentare, dass ich da was von lernen kann. Solange die jetzt halt nicht komplett destruktiv geschrieben sind, bin ich gerne für kritische Kommentare hier zu offene. Nur beleidigend soll es nicht sein. Das ist das Einzige. Das sind Kommentare, die ich nicht mag. So. Okay, okay, okay. Die Dinger laufen alle noch ganz gut. Wie sieht es mit meinem Oxygen aus? Es sind halt hier immer noch so Schwerpunkte. Das ist echt problematisch. Wahrscheinlich sollte ich in meinem nächsten Playthrough, weil ich kann hier nicht nochmal alles wegbauen, die Betten so verteilen, dazwischen dann einmal diese Pumpe und dann das Zeug wegpumpen. Eigentlich sollte ich genau, um das jetzt zu lernen, wir nehmen ja diesen Part hier nur als Lernpart. Oder genau so war das gedacht. Einfach nur zum Lernen. Moment, dich hätte ich ungern auf Prio hoch und dich eigentlich schon und den Rest hier auch. Das ist okay, aber da muss es dann ein bisschen weiter gehen. Ist die Map eigentlich random generiert? Fragen über Fragen über Fragen. Mal sehen, wie lange ich die Kolonie noch am Leben halten kann. Da bin ich echt ein bisschen gespannt. Und am spannendsten ist jetzt natürlich das Akute momentan, was diese Gaspipe hier bringt. Wenn das nämlich Carbon-Dioxin hier rauspumpt, dann wäre das perfekt für mich gerade im Moment. Dann gehen nämlich meine zukunftsträchtigen Pläne hier auf. Oder könnte ich das vielleicht sogar nochmal irgendwie hinkriegen, dass ich das richtig abreiße und richtig baue? Ich glaube sogar, ich könnte das nochmal hinkriegen, selbst wenn es jetzt ein bisschen problematisch sein könnte ab und zu mal. Das könnte funktionieren. Moment, die Gaspipe hat das Ding weggebaut? Die laufen doch nur im Hintergrund, hätte ich gedacht. Da holen wir hier auf alle Fälle Foundation hin, damit wir danach darauf arbeiten können. So. Hoffentlich kann ich dem Ding dann sagen, was gebaut werden soll. Also was gepumpt werden soll. Oder ob ich dafür eine Filteranlage brauche. Das weiß ich noch nicht so ganz. Boah, hier bildet sich immer mehr Carbon-Dioxin. Das ist nicht gut. Ah, aber wir machen auch relativ viel wieder weg. Okay, jetzt gehen wir nochmal kurz an den Overlay. Beim Bett ist noch ein bisschen was. Aber wie funktioniert das denn mit dem Druck? Weil, wenn ich hier einfach das ganze Zeug wegpusten könnte, das ganze negative Zeug, also das Carbon-Dioxin, würde mir das schon reichen, dass ich das einfach irgendwie mit so einer Windmaschine wegpuste? Und hier ist lauter von diesem Polluted-Zeug, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, oder? Oder ist das einfach nur zum Spaß? Ne, das ist nur eine Mischung aus beiden, ganz offensichtlich. Chlorin. Oh, das ist ein bisschen Chlorin. Ist das giftig? Ich glaube, das war doch Toxic, oder? Äh, Chlorin, Unbrief... Ne, ist nur Unbriefable. Ist okay. Unbriefable ist okay. Alles andere nicht Oxygen. Briefable... Wie, hier ist Briefable Gas? Unbriefable... Achso. Es sind nur saugeringe Mengen. Das ist gerade das Problem. Deshalb müssen sie hier gerade Pause machen. Moment, Moment, Moment. Dann priorisieren wir das runter wieder auf 5, sonst gehen die mir am Ende hier drauf, weil sie zu viel hier arbeiten. Da brauchen wir noch ein bisschen... Boah, hier sieht es aber echt unatmenbar aus, oder? Ist es... Oh, shit. Das ist ja kompletter Selbstmord hier in dem Gebiet. Mehr Algen. Ich glaube, ich mache das sowas von falsch. Vielleicht mal eins von diesen... Research Complete. Perfekt. Jetzt habe ich doch wieder neue Sachen in Plumbing, ne? Liquid Wind. Okay, damit kann ich Liquid abpumpen. Ich wüsste noch nicht, an welcher Stelle ich hier Liquid abpumpen müsste. Das ist so die größere Frage momentan, ehrlich gesagt. Weil Wasser ist eigentlich an der Stelle ganz okay. Und sonst habe ich noch nicht viel Liquid. Angeblich gibt es ja irgendwo noch Polluted... Boah, ne. In dem Moment, wo man es sagt, findet man es natürlich. Und das müsste ich dann wahrscheinlich an andere Stellen pumpen, um das so ein bisschen voneinander zu trennen. Aber gut, da sind wir noch so weit von entfernt. Und jetzt verbinden wir hier erstmal das mit unserem Stromkreis. Prioritize auf 8. Damit der Scheiß hier schnell priorisiert wird. Dann bauen wir das Zeug fertig. Haben aber momentan noch nicht genug Algen. Oder beziehungsweise auf längere Zeit gehen wir langsam wirklich die Algen aus. Kann ich die selber auch nochmal anpflanzen? All solche Sachen unbedingt in die Kommentare. Das ist die einzige Chance, dass ich hier länger überlebe. So. Oh Gott, ich habe hier unten. Ich habe hier unten aufgebaut. Scheiße. Okay, das könnte jetzt echt schlecht gewesen sein. Da habe ich nicht aufgepasst. Ich habe nicht aufgepasst, dass ich da unten aufgepumpt habe. Aber es funktioniert anscheinend so, wie ich mir das denke. Oder? Also irgendwas puste ich hier raus und hier wird es noch roter. Ist das jetzt gut oder schlecht? Äh, Moment. Ich switche gerade hier permanent. Gas pump. Draws in gas. Runs it through gas pipes. Must be immersed in gas. Okay, jetzt hat es keinen Strom mehr. Contents. Carbon, Dioxin. Ha. Also es pustet zwar beides weg, aber da hier unten momentan mehr. Oh Gott, ich mache das so komplett falsch. Ich mache das so komplett falsch. Das kann ich euch garantieren. Ich weiß noch nicht, wie das so richtig geht, aber ich weiß, dass das, so wie ich es jetzt mache, falsch ist. Weil jetzt pumpe ich doch gerade mehr Oxygen. Richtig. Jetzt puste ich hier Oxygen durch. Könntet ihr mal mehr Sport treiben? Hier, wir brauchen mehr Energie, Leute. Ich glaube, ich mache gerade permanent Anfängerfehler. Oh Gott, Missing Foundation, das ist nicht gut. Teil. Moment, Teils sind nicht gasdurchlässig, oder? Dekor, Duplicance, Gaspermeable, Teil. Okay, eigentlich will ich nicht. Momentan will ich nicht, dass hier Gas durchkommt. Das will ich gar nicht. Das ist mein Ziel, dass es eben nicht durchkommt. Hydrofen, Dispenser, Small Amount of the Heat, bla bla bla. Marginal Worms, Large Body of Liquid. Ah, damit kann ich das Wasser anscheinend ein bisschen temperieren. Aber gut, das brauche ich auch noch nicht. Mann, so viel Zeug habe ich jetzt schon gelernt. Ich kann es euch garantieren, meine nächste Base kommt mindestens in 300 Tage, wenn es nicht schon diese Base wird. Okay, ich glaube aber, dass das gar keine gute Idee ist. Nein, 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 das muss ich canceln momentan. Das muss hier erst alles weggepumpt werden. Jetzt bin ich gerade am überlegen, ob ich eigentlich noch eine Gaspumpe, oder... Moment. Pow, oh, das hatte ich fast fertig. Wieso habe ich das abgebrochen gehabt? Kann mir das jemand sagen? Könnt ihr das mal schnell fertig machen? Das wäre cool. Oh, shit, 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 shit. Es sind noch so viele Unbekannte in diesem Spiel, die wo ich noch lernen muss. Und es ist halt gerade vollkommen chaotisch. Also hier ist ein bisschen was, da ist ein bisschen was. Das macht mich ein bisschen fertig. Okay, hier unten ist noch was angepflanzt. Sie gehen nochmal einen Tag lang schlafen. Ist hier alles gut oxygenmäßig? Na ja. Nachdem sie atmen, nicht mehr. Vor allem bei ihr, da staut sich das irgendwie so ein bisschen. Ich bekomme da wirklich ein bisschen zu wenig Luft. Vielleicht muss ich da wirklich noch die Algen von hier irgendwie dahin verschieben. Vielleicht wäre das gar keine schlechte Idee. So, jetzt muss ich schon mal ein bisschen überdenken, wie ich hier die Umplanung haben wollen würde. Gerne. Nichts Duplikant. Nee, danke. Du kannst gerne noch ein bisschen warten. Momentan habe ich genug Leute. Und das Problem ist eher, das hier alles irgendwie zu organisieren. Wenn ich noch zweimal Forschung habe, kann ich einmal den besseren Generator bauen. Und dann kann ich vielleicht nur noch einen von denen bepowern. Dann hätte ich eh eine Person mehr die ganze Zeit verfügbar. Das wäre schon mal eine gute Idee. Okay, der Stress geht langsam hoch. Wall-E, du kriegst mal nochmal eine kleine Massage. Und gönn dir, Brudi. Wie es so schön heißt. Dann wird das Zeug hier alles rübergepumpt. Overpressure. Okay, das hat so viel Druck momentan. Echt, das muss ich mir gleich nochmal ein bisschen durchlesen, wie das mit dem Druck hier alles funktioniert. Also da brauche ich noch ein paar kleinere Tippen. Ich finde diese Animation so geil, wie sie sich einfach am Ende mit diesem Hanfsterrad noch einmal drehen und dann schmeißt. Das ist so witzig. Oh Wall-E, der grins ein bisschen weniger dabei, du Sack. Mie, bräuchte danach auch eine. Aber okay. So kriegen wir jetzt halt langsam mal unser ganzes Grünzeug hier wieder zum Laufen. Auch wenn ich das eine leider wieder gekillt habe, obwohl es kurz vorm Harresten wahrscheinlich war, weil ich sie abgebaut habe. Also beim Abbauen fällt es runter. Das ist mir jetzt schon aufgefallen. Und dann wird es problematisch in dem Moment. So, hierfür brauche ich mehr Essen. Wie sieht es mit meinem Essen aus? Oh, ich habe gar nicht mehr so viel Essen. Verdammt, Otto darf viel zu viel fressen momentan. Otto, du darfst jetzt halt nur noch 1500 Kalorien fressen immer. Wall-E verschlingt schon wieder seine tägliche Dosis, aber gut, ist ja sein gutes Recht heute. So, Yukai wollte gerade anfangen zu arbeiten und jetzt ist ihm klar geworden, er hat Hunger. Toll. Research complete. Perfekt, dann habe ich doch jetzt halt hier irgendwo, ähm... Oh, die Dinger können overloaden. Oh, shit. Ey, ich muss mir noch ein besseres System auch überlegen, wie ich das dann aufbaue. Äh... Wieso gibt es diesen guten Generator nicht? Ich dachte, jetzt hätte ich einen guten Generator hier freigeschaltet. Wo ist denn der? Oh. Ne, doch hier... Ne, Battery. Was ist denn das? Hydrogen Generator? Water Purifier, Biodestiller, Air Hydro... Ach, hier sind dann die neuen... Was ist das? Das kommt jetzt Hydrogen into Electricity. Äh... Nein, danke. A Power that burns coal. Okay, coal, das hört sich wiederum besser an. Kohle verbrennen ist okay. So komme ich nämlich besser an Strom. Das heißt aber, ich dachte gerade wirklich, ich bekomme ein besseres Laufband. Bekomme ich gar nicht. Okay, Leute, wir haben in diesem Part einiges gelernt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir auf alle Fälle. Sorry, dass ich noch extremst viele Anfängerfehler mache. Aber das liegt halt daran, dass ich ein Anfänger bin. Und dementsprechend hoffe ich, dass wir uns dann im nächsten Part wiedersehen. Und dann noch viel Spaß bei anderen Videos. Hoffentlich von mir. Tschüss, Abo dalassen. Tschüss.